Ja? Das ist eine Pixar-Animation-Studio. Das weiß ich nicht. Unreal Engine. Bin ich so Pooh-Charaktere? Joa. Ich habe euch eine Datenwertung abgriffen, wie immer. Schnell kann ich euch an diese Fällen dabei aufsehen. Einander, vielen Dank. Das ist ein Rennen. 0hterninrothe. 10 Minuten drüben. 11 Minuten drüben, wenn mir geht es euch. 11 Minuten drüben. 10 Minuten drüben. 11 Minuten drüben. 10 Minuten drüben. 10 Minuten drüben. 10 Minuten drüben. Vielen Dank. 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 Ja, Spiel fortsetzen. Vielen Dank. Who knows? The war... The future... It's already been written. Oh, I hope so. ... ... Kingdom... Kingdom... They can't... ... 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 Wovonach strebst du? Aha, Vitalität, Wahlzeit, Balance, ich würde sagen, Balance, ein Körper und Geist, die ebenwürdig sind und das gleiche Potential haben, ist dies, wonach du strebst, ja. Okay, Klick Nummer 2, Chain of Memories und Dream of Legends, welche Macht suchst du? Also, den Wächter, den Krieger, den Magier. Ja, ich würde sagen, den Krieger wehren, die Macht des Kriegers, unbeugsamer Mut. Ist dies die Macht, die du suchst? Ja. Ist das, wer du bist? Ja. 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 Das ist, wer du bist? Ja. Ja. Ah. Und das ist, wer du jetzt noch? was ist das zu bedeuten okay in den himmel der gespiegelt wird nicht mit auf mehr oder okay herzloser kampfgrundlagen ja ich denke mal zeit so was üblich hier wie in den anderen spiel okay fängt schon mal gut an das gefällt mir schon mal ganz gut okay ich hatte morgen aus wasser oder was weiß ich da stehen war auch richtig sehr schön was mit der nachsieb krieg dann länger was wir mit danach ach so süße schwert wechseln sie aus wie die plätschen tasten so was kann ich noch so gut dann greifen wir die hand an die ich sehe hat das in der zweite leiste okay ich weiß aber auch gar nicht welche werte und alles mitternacht blau hat aber naja das ist halt einfach aber au ich habe jetzt aber kein bock zu kippieren ja stirbt aua schön ein bisschen heilung aber nicht das schon wieder ich hasse diese fliegenden bälle die gehen wir ein bisschen auf sender und ich würde gerne ein anderes haben genau damit ich nicht ehemalig verrecken muss aber scheiße ich versuche den schuss strich zu machen schnell gut feuer und wasser halten schönes ding warte mal habe ich mich verletzen wasser plötig so weit zu führen hilft mir mich zu erinnern bei wie man kämpft nein alles gut sollte ihr mal etwas im spiel nicht klar sein kann zum titel bildschirm die tors aufrufen na das doch schön ich befechte ich dass es die lüfter kracht vom laptop auf 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 We must gather acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before. Hmm. Your mark of mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you and your grasp of your new abilities used much to be desired. Oh. Furthermore, Seelmoth nearly made you his vessel. und in dem Prozess hast du vieles von der Kraft, die du dann bekommst. Ich glaube, dass du das bereits bemerkst hast, richtig? Aber zuerst musst du wiederholen all die Kraft, die du verloren hast. Vielleicht ist es dumm, eine komplette Rückkehr zu erwarten, aber es ist absolut wichtig, dass du eine Kraft zurückkommst, die Kraft des Wachstums, die du zu verletzt hast. Es gibt jemanden, die seine Kraft verloren hat und es wieder neu gefunden hat. Ein wahrer Heroin, an dem du bist eine Physiker. Vielleicht kann er dich in die richtige Richtung bemerken. Oh? Haha, gott! Hm? Möchtest du, Sera? Du kannst uns sagen, dass du auf die Sera bemerkst. Ich würde es nicht anders machen. Ich habe Sera in deine Hand. 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 Oh, das wird viel Spaß. Es ist nicht eine Zeitung. Wir gehen! Ich habe Sera in deine Hand. Ich habe Sera in deine Hand. Ich habe Sera in deine Hand. Looks like all the old by-ways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora. Which way? Um... How? What's your look, Soros? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that. Right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Uh-uh. Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I got it! All right. Olympus Coliseum, here we come. Kingdom H2.9, okay. Das wäre bei Kingdom H3. Stand doch die ganze Zeit. Jetzt wären wir's. Hi! Ein neues Abenteuer. Trophäe erhalten. Okay. Okay. At long last, the time had come. The planets were edging into perfect alignment. And the plan Hades devised 18 years ago was about to reach fruition. The fates had predicted this very future. The day he would seize control of Olympus and rule over all the cosmos. Hades' previous attempts, using Terra, Cloud, and Oran to advance his plans for conquest, had failed. The hour was not yet right. But now the planets were aligned, and nothing could possibly go wrong. A wave of darkness slants down from their celestial rank. And one by one, Hades freed the Titans from their prison. Some of them, the same monstrosities that Sora and his friends had already fought and bested before. With both the Titans and his longing for vengeance against Zeus reinvigorated, Hades began his attack on Olympus. Hallo, Welten. Hier spricht Sora. Ich und die zwei anderen Portionen sind auf Abenteuerreise. Es beginnt. Donut, Goofy, eineinhalb Portionen. Okay. Was auch immer das jetzt soll. No, looks like we missed the Colosseum. So what? You opened the gate. Haha, was a little off again. Sorry. We'll find him. But we need to go. Up to Montana. Yeah. Up is the usual direction. Well, never hurts to have your head in the clouds. Exactly. Hey, we're leaving. Also bisher gefällt mir das Spiel super. Optisch und alles. Geld. Meins. So. Ähm. Items? Ne. Achso, so muss ich gucken. Okay. Sora. Sora kam bis zu drei Schlüsselsschwerter zur selben Zeit im Kampf mit sich führen. Um zwischen ihnen zu wechseln, bewege den Zeiger mit dem Kanon und Menü auf Angriff und drücke links rechts. Wechsel Schlüsselsschwerter je nach Situation und selbst mit in einer Kombo. Damit fällt das den Kämpfen nach noch mehr taktischen Finessen. Okay. Okay. Ich denke mal. Gut. Oh. Bleibe ich erstmal bei dem, würde ich sagen. Zweite Form MB. Was auch immer das bedeutet. Form Änderungsseite Form. Hm. 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 Gut. Einstellungen. Magie, Feuer, Eis. Okay. Okay. Das ist das. Gut. Dann mache ich mal. Viereck, würde ich sagen. Kein Wenschlag. Was hieß? Ein Feuerball, der den bekannt ist. Okay. Aber ich sage das auf Viereck. Und Wasser auf Dreieck. Gut. Dann nehme ich Burschen erstmal auf X. Und Eter auf Kreis. Gut. Dann lasse ich das erstmal so. Fertigkeiten. Dann lasse ich nicht viel machen. Nur EP will ich erstmal nicht machen. Schadenskontrolle. Gut. Ja. Status. Ich finde das auch cool hier rechts mit den Bildern. Äh. Ado-Wampe. Äh. Ich hasse Ado-Wampen. Magie benutzen. Äh. Gute Idee. Ich sehe, habe ich auch Analyse schon. Das ist auch wunderbar. Wow. Drecksack. Okay. Also. Ich merke schon. Aua. Ich kriege auch's Maul. Habe ich keinen. Okay. Okay. Schöne Donald hat ein Level Up. Und ich habe schon erhalten. Man kann es trotzdem nicht nutzen. Interessant. Ja. Maxi LP gestiegen. Öffne Hauptmeni umgefohnte Item einsetzen und auszurüsten. Okay. Äh. Ich wollte auch eher. Nein. Ich wollte das eigentlich ausrüsten mehr. Also. Muss ich das machen. Automatisch nachführen. Aktivieren. Genau. Doppelsprung habe ich jetzt nicht mehr. Parcours. Während du dich mit bewegst, klettert so automatisch kleine Kanten hoch und springt über. Ohne immer schön. Du musst solche Sprünge nicht selbst. Aber ich fühle mich. Ausführen. Du bist einer Sackgasse gelandet. Nicht verzagen. So kann Wende hochlaufen und leicht erhält. Die Leicht erhält sind sie nicht gut um. Um solche Stellen auszumachen. Verstehe. Hier rechts habe ich was gesehen. In der Gespräche hatten. Gut. Hier ist wieder Sonne. Moment. Ich wäre nicht so voreilig seiner Sonne. Aber ich schätze mal, dass ich von da aus dann vielleicht mit Salz drehen kann. Gut. Dann laufen wir mal die Wand jetzt hoch. Dann. Zwischenfrequenz. Nimm mich an. Ich denke, wir müssen in den Cirkeln gehen. Hmm. So? Ich habe eine Runde auf der falschen Rock? Hey, Herkules! Wo bist du? Oh. Hey! Oh. Oh! 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 All right. I know I dotted my eyes! Crossed my TZ0. So, was gibt's? Wer könnte mich versuchen, eine Migräne zu geben, mit dem Jodeln von seinem Namen? Wirklich? Hades? Es ist nur dich. Was ist das? Es ist nur uns? Selbst für dich, das ist es kalt. Nicht vergessen! Ich kann immer TURN UP THE HEAT! Wait! Wenn Hades hier ist, dann wo sie? Was ist alle infatuation? Was ist das? Ah, you know what? Nevermind. Nevermind. Ich bin cool. Ich bin gut. Weil, Wunderboy wird aus meiner Haare schnell genug. So, du bist wieder auf dem Gut wieder? Natürlich ist er. Oh, easy. Was ist das, Sparta? Ich bin auf einem Schnellen. Ich habe keine Zeit für den alten Feuer und Brimstern. Der gesamte Kosmos ist in der Zeit für mich, du wissen, es zu schützen. Poor Hades. Er denkt, er kann es eigentlich nicht wegziehen. Where are my titans? Show me your power! Er... Wo? Wo!!!! Jo... Wo? Woos 72. Woos 73. Woos 78. Woos 75. Woos 72.... Woos 73. Woos 73. So. Das hat ihn sailen! Sailing direkt an, wo ich bin? Ha! Kein Problem! Nice work, boys. So, back to the whole Cosmic Coup thing? Eh, really? Are you kidding? Jeez, Louise. Seriously, when it rains, it pours. Okay, who's the new pest? Hey, now, that ain't no way to say hello, especially to your old friends. Ah, perfect. Now I gotta put up with you two. Funny, I don't remember you doing me any memorable favors. So, you can keep your heartless this time. I'm going back to my original plan, all right? So, toodaloo! Exit's that away! Hey, it was great seeing you! Happy trails! We are not here for you. I have my own business to attend to. All I need to know is if there is a distinctive... Black box somewhere in this world. Black box, huh? Hmm. Black box, black box, black box. Hmm. Wait. Don't tell me. You're after the one Zeus hit on Earth? Possibly. If I were, where might it be? What a black box! What a black box! Oh! 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 See? Found him. Yeah, I guess this counts. Haha. What move down? Just a second. You guys are here. Sora, Donald, Goofy. You literally dropped in. Gotta say, I'm impressed. Like the catch. Yeah, thanks, Herc. But, what's going on? Take a guess. Starts with an H. Ah. I get the picture. Actually, we bumped into the H-ster on the way here. H said something about conquering the whole cosmos. All of it, huh? Nice of him to show a little self-restreint. Well, whatever he's planning, I'll send him running back across the sticks. That's our Herc. Yay. Ein Shop und ein Speicherpunkt. Gut, dass wir mal springen, das kenne ich schon. Theben. Okay, ist ja gut, Donald. Guck ich mal, was ich hier machen kann. Schmieden. Wenn du im Mogri-Laden bist, vergiss nicht, in der Schmiede vor Ort. vorbeizuschauen, wo du auf deinen Reisen eingesammelte Schmiedematerialien dazu benutzen kannst, neue Items herzustellen. Sammelziele. Wenn du der Schmiede einen Besuch abstattest, vergibst du dem Mogri automatisch alle eingesammelten Schmiedematerialien. Abhängig von den Materialien, die du eingesammelt hast, halten sie manchmal bestimmte Belohnungen für dich bereit. Ja. Eta. Schön. Das sind also Sammelziele. Ja. Oh. FP Plus. Okay. Urwerkschild. Okay. Interessant. Kampfhammer. Angus Plus. Magie Plus. Abwehr Plus. Heißt, dass ihr jetzt nicht mehr Kraftpäuser etc. Interessant. Hm. Ja. 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 Okay. Gibt echt ne Menge hier. Moment. Ich hab doch gerade... Ah, hier haben wir. Alt. Ultima. Okay. Interessant. Echt ne Menge hier. Item Schmieden. Okay. Hätte mich auch überrascht wenn ich das schon könnte. Ja. Natürlich. Schildgürtel. Ähm. Okay. Das will ich mir später wenn ich genug Geld habe. Hier wird Angriff gering für dich und FP Maximum ein wenig. Ach jetzt heißt es nicht mehr AP sondern FP. Verstehe. Ja. Die haben das ein bisschen eng geändert. Mehr auf die deutschen Abgrenzungen. Deswegen auch nicht mehr HP sondern LP. Lebenspunkte. Okay. Hm. Interessant ja. Gut. Dann würde ich sagen ich speichere mal hier. Ja. Toys wurden freigestellt. Schön. Ich will aber speichern. Gut. Dann würde ich sagen was für den ersten Part. Der war recht lang. Aber. Äh. Ich freue mich schon das Spiel weiter zu spielen. Bisher alles Bombe. Hahaha. Oh. Schön. Ich kann selbst nicht spielen. Das hat man sich gelohnt. Oh. Ich hätte das Geld schon vor zwei Tagen gespielt. Ein Dickel wie die das jetzt nicht digital gekauft haben. Konntens wohl schon kaufen. Ah. Wo eigentlich der Verkauf eigentlich heute ist. Naja. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Montag. Wiedersehen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020